Und damit wieder mal herzlich willkommen zurück bei Minecraft in einem neuen Modus. Und zwar spielen wir heute mal... Ja, was spielen wir? Bad Wars, genau. Bad Wars spielen wir. So, erstmal wieder in eine Party reingeht. Hier, Party, except Edgar. Wieder mit dem Edgar, natürlich. So, zack. Und ist das schon die Bad Wars, glaube ich? Nee, ne? Das hier ist Sky Wars. Oh, dann muss ich, glaube ich, mal woanders hin. Huch. Jetzt habe ich alle Spieler versteckt. Jetzt geht's wieder. Okay, wir spielen Bad Wars. Wo ist es denn? Moment, Quick Bad Wars oder Standard Bad Wars? Ich habe keine Ahnung. So, das hier ist also die Lobby dafür. Und da steht Edgar. Hallo. Schöner Kopf übrigens. Was wollte ich denn jetzt gerade mal gucken? Hey, größere oder kleine Runde? Äh, pff. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie zuvor Bad Wars gespielt. Aber ich sage einfach mal, große. Große Runde. Ich habe es wirklich noch nie zuvor gespielt. Auch noch nie zuvor bei einem anderen Let's Player gesehen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, worauf ich mich einlasse. Ich glaube, das ist sowas wie Capture the Flag in normalen Shooter spielen. Dass man mal das Bett vom Gegner zerstören muss, glaube ich, oder? War das so? Bin mir wirklich überhaupt nicht sicher. So, wann geht's los? Team Gelb sind wir übrigens. Sieht man das hier? Es gibt also vier Teams. Okay. Vier Teams mit jeweils fünf Spielern. Bin sehr gespannt, wie das hier ablaufen wird. Irgendwie sieht die Arena hier anders aus, als dieser Warteraum hier. War das schon immer so, dass hier Bedrock war? Ähm. Ich glaube, das ist echt ein bisschen anders hier. Aber egal. So, 30 Sekunden geht's los. Und da seht ihr das schon wieder links unten in diese blauen Nicknames. Was heißt denn das? Hier. Iseki 17 zum Beispiel. Äh. Weißt du, was ich machen muss? Nee. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss. Ich folge einfach den anderen unauffällig. Wirklich? Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und deswegen wird es, glaube ich, auch ganz lustig werden. Oh, das endet in einer Katastrophe. So. Da hinten ist ein Bett. Ich nehme an, das hier ist unseres. Ähm. Du konntest respawnen da... Was? Bau oder... Was? Geht's schon los? Was ist hier? Äh. Hilfe? Soll ich hier mal was abbauen? Ich habe hier nichts. Ich gehe mal kurz dahinter. Und folge Edgar. Und jetzt? Äh. Hä? Gibt's hier irgendwo Kisten? Was ist das da? Ähm. Hier spawnt irgendwas raus. Was ist das? Bronze. Das da ist Bronze. Okay. Das ist merkwürdig. Ich warte einfach mal hier ganz kurz. Und schaue, was da unten rauskommt. Kann ich damit was craften? Äh, da... Ah, Ziegelsteine. Okay, das ist cool. Schauen wir mal, ob wir ein paar Stück craften können. So. Huch, wieso geht das nicht? Ich glaube, ich mache da was falsch. Aber egal. Äh. Was muss ich denn tun? Und wieso hat denn jeder... Ja, wir müssen unser Bett verteidigen. Okay. Äh. Und was kommt da aus dem Boden? Diese komische Bronze. Was ist denn das? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Solange das steht, können wir ja respawnen. Ja, super. Kommt da irgendwo Gegner? Und was ist das da? Jetzt habe ich schon 53 von diesem komischen Zeug. Brauchst du, damit kannst du beim Villager kaufen. Ah. Cool, dann schaue ich mal. Ach so. Da gibt es Villager. So, Spitzhacken. Blöcke. Ach, du heilige. Glatter Sandstein. Äh. Spezial. Leiter. Boah, was gibt es hier denn für Zeug? Das ist ja cool. Ich glaube, ich kaufe mir mal eine Ange... Obwohl, nee, da brauchen wir Eisen dafür. Verdammt. Und Gold gibt es auch. Browser, Sophia. Was ist denn das? Ähm. Du musst die gegnerischen Betten zerstören. Ja. Cool. Kämpft da gerade jemand? Äh. Oh. Da war ein Gegner. So, jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich kaufe mir mal kurz ein Schwert oder ein Knüppel. Mal gucken. Was gibt es denn mit... Äh. Wir haben nur Bronze. Das heißt, ich muss mir einen coolen Knüppel holen. Mit Rückstoß. Super. Und sonst. Mal schauen, was es noch gibt. Bögen, Spitzhacken, Rüstung. Lederrüstung. Wieso gibt es denn nur Bronze? Würde ich mal gerne wissen. Ein bisschen. So. So. Hose auch. Ich hol mir mal kurz die komplette Rüstung. Und... Ach nee, Brustpanzer geht nicht, ne? Mist, da brauchen wir Eisen. Wie bekommen wir denn hier Eisen her? Okay. Nahrung. Huch. Naja, ich glaube, das reicht erstmal. So. Ich gehe mal kurz dort hinter. Huch. Nein! Hilfe! Upsi. Ich bin tot. Was? Das Bett meines Teams wurde abgebaut. Mist. Bin ich jetzt tot? Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Okay. So, was jetzt? Tut mir leid, dass ich hier so vollkommen planlos durch die Gegend irre. Und wieso haben die alle unterschiedliche Farben an Nicknames? Hat das was mit dem Team zu tun? Ich glaube schon, oder? Hm, könnte eigentlich so sein. So, ich schaue mir mal ganz kurz diese Map an. Ich weiß gar nicht, wie lange ich denn schon aufnehme. Huch. Oh. Ich bin jetzt Team Grün. Neues Spiel. Aha. Okay, cool. Und süßer Skin. Okay, nicht so süß. Eher abschreckend. So, 30 Sekunden, dann geht's los. Mal schauen. So, das ist jetzt eine richtig große Runde. Cool. So, da gibt's auch wieder diese Ranglisten. Und ich glaube, diesmal sollten wir ein bisschen besser sein. Na ja. So, Bad Wars. Dragons. Die Map heißt Dragons? Cool. So, was haben wir denn hier? Spawnt da jetzt irgendwas wieder? Da haben wir, glaube ich, Bronze. So, hole ich mir mal ganz kurz. Mitte oder Nachbar. Was? Ich hab keine Ahnung. Ich enthalte mich der Wahl. So. Knüppel natürlich. Her damit. So. Und vielleicht nochmal Rüstung. Oder? Brauchen wir eine Rüstung? Moment. Spitzhacken. Spitzhacken sind, glaube ich, auch ganz gut. Oder Blöcke. So, einfach mal 16 Blöcke. Boah, hier liegt viel Zeugs rum. Cool. So, ich hör mir mal noch mehr Blöcke zum Bauen. Das, glaube ich, immer ganz gut. Was gibt's denn sonst noch? Sieben für einen Endstein. Aha. Okay. Und jetzt? Ich schau mal kurz hier rüber. Oh, da gibt's sogar Gold. Das ist ja cool. Spawnt aber nur ganz, ganz langsam. Ach so, ist das. Die Dinger hier spawnen nur extrem langsam. Das ist ja mal interessant. So. Und da hinten ist anscheinend der Nachbar. Boah, sieht das cool aus. Schöne Karte. Boah. So was würde ich auch gerne mal bauen. So, das Gold spawnt aber richtig langsam. Wie viel Silber brauchen wir denn hier für coole Waffen oder so? Drei Silber für ein Goldschwert. Herfe 1, Haltbarkeit 1. Und hier Schärfe 2. Und 5 Gold für ein schönes Eisenschwert. Boah. Will das haben. Und da liegt noch mehr Gold rum. Und Silber. Und noch mehr Bronze. Ich hol mir das gerade mal kurz. Und dann hole ich mir... Ach komm, wir holen uns jetzt ein schönes Silber... Nee, ein Goldschwert holen wir uns jetzt. Für drei Silber so rum. Zack. So, jetzt gehe ich mal dahinter. Oder? Wo sind die Gegner? Die müssten doch da sein. Ah, das ist ja verdammt weit weg. Naja, das heißt, wir können... Wenn wir runterfallen und irgendwie sterben... Heißt das, dass wir einfach so wieder spawnen, glaube ich. Was sich eigentlich ziemlich cool anhört. So, komme ich jetzt hier irgendwie durch. Äh, ich versuche mich mal hier rumzubauen. So. Und dann sehen wir weiter. Zum Nachbarn. Das ist doch der Nachbar hier, oder? Ja, wo ist denn der Nachbar? Hier, oder? Ach, da ist schon eine Treppe. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Na gut, dann gehe ich mal rüber hier. So, da ist noch ein Gegner. Oh, stirb! Was? Ich bin schon tot? Oh. Das ist natürlich nicht so cool. So zwei Gold. Was kriegt er denn für Gold? Kriegt er dafür auch schon eine Waffe? Nee. Ich brauche fünf Goldstücke. Ah. Mist. Ich habe mir mal ein bisschen Brose. Aber es ist meine erste Runde. Okay, es ist meine zweite Runde. Deswegen bitte nicht so streng sein zu mir. Ich muss noch ein bisschen üben. Boah, wie schnell das hier spawnt. Ziemlich cool. So Schwerter. Ähm. Ich glaube, wir nehmen mal... Ja, ich weiß nicht. Eine Rüstung wäre halt ganz cool. So. Leder. Ups. Upsi, verdammt. Okay, das war jetzt peinlich. Du hast folgendes Achievement erhalten. Miss-Click. Ja, super. Oh, toll. Weg damit. Könnte ich das jetzt hier rauswerfen. Toll. Jetzt habe ich so viele Hosen gecraftet. Super. Oh. Haben wir vielleicht noch ein bisschen Gold? Nein, Edgar hat es eingesammelt. Mist. Ja, ich muss noch üben. So, ich kann mir zumindest mal eine anziehen. Und den Hut auch. So. Die ganzen Rosen hier. So, Eisen einsammeln. Dann hole ich mir noch mal kurz dieses... Äh... Tut mir leid, aber... Huch. Das Bett von Team Orange wurde zerstört. Oh. So, Schwerter. Jetzt können wir uns vielleicht noch mal... Ähm... Das Dings hier kaufen. Schönes Goldschwert. So, schnell rüberlaufen. Wo geht es eigentlich dahinter? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal wieder rüber zu den Gegnern. Bei schottsischer Musik mal wieder. So, hier. Oh, da liegt Eisen rum. Cool. Gratiseisen. So, hoch mit uns. Und dann gleich wieder nach unten. Oh, Edgar wurde gerade getötet. So, äh... So, ich habe mich da runtertrauen. Das sind, glaube ich, jetzt nur Gegner, oder? Ähm... Ich traue mich nicht wirklich. Aber wohl... Ich kann ja sterben. Es würde ja nichts passieren. Nichts Gravierendes. So, warte mal. Wo sind denn die jetzt? Kann man eigentlich auch da... Auf so einen großen Türen? Woops. Ähm... Autsch. Verdammt. Nein! Der trifft mich sogar. Summersdon... Nicht wahr jetzt, oder? Ich habe mich selbst umgebracht. Hupsi. Ah, nee. Hä? Wieso zählt das jetzt als Kill? Ich habe mich doch durch Fallschaden getötet, oder? Oh. Naja, egal jetzt. So, drei Golds. Drei Eisen. Verdammt. 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 Die sind noch mehr Hosen. Sieht sich mal kurz an. So. Da haben wir Bronze. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Na, sowas nicht. Also, Schwerter. Ich warte, glaube ich, noch mal ganz kurz auf das Gold hier. So, gleich muss er es ja wieder spawnen. Fünf Stück brauchen wir für so ein cooles Schwert. Obwohl, vielleicht können wir uns auch einen Bogen gönnen. Hm. Wäre, glaube ich, ganz cool. So, ein Gold brauchen wir noch. Ein einziges Goldstückchen. Oder ich schaue mal, ob wir kurz einen Bogen bekommen. Das glaube ich doch ganz gut. So, Bogen. Unendlich. Ah, das mit Unendlich ist ja cool. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Da gibt es ja diese Verzauberung. Dass man... Ja, ihr wisst schon, dass man hier... Unendlich viele Pfeile abschießen kann, obwohl man keine im Inventar hat. So, ein Gold noch. Sehr schön. Jetzt aber. Schönes Schwert holen. So, zack. Da ist es auch schon. Perfekt. So, dann hier. Nochmal kurz Rüstung gucken. Ein Eisen. Zack. Und dann vielleicht nochmal Schuhe holen. Und... Ne Mütze. So, perfekt. Edgar. Huch, hat da gerade jemand geschossen? Wir sollten vielleicht mal einen Frontalangriff starten. Oh, da liegt Gold rum. So, nochmal kurz gucken hier. Drei Gold. Okay. Ich komme schon mit. Ich komme. Mit cooler Rüstung hier. Oh, da kommen welche. Hätte ich jetzt einen Bogen dabei, wäre das natürlich super. Äh. Tja, ja. Tja, ja. Ich habe leider keine Blöcke dabei. Ups. So, nochmal hier rüber und... Oh, er ist tot. Nein, ich will auch mal einen Kill bekommen. Aber ich habe noch keinen. Verdammt. So, hier rauf und dann wieder nach unten. Ah, da ist wieder dieser Bogenschütze. Stimmt. Und da kommen sie rüber. Ist da gerade einer runtergefallen? Oh, da ist echt gerade einer runtergefallen. Wie peinlich. So, stirb. Bis ich habe wieder keinen Kill bekommen. Verdammt. So, kommen die jetzt hoch? Ja, da kommt einer hoch. Da kommt gerade einer. Ähm. Du baust dich zum Bett. Ich lenke ab. Ich habe noch keine Blöcke. Äh. Ich muss sie gerade... Ich schreibe mal kurz. Hab keine Blöcke. Boah, die schießt jetzt dauernd. Verdammt. Ich habe nichts dabei. Und kein Essen. Was mit der Picke? So, wo ist denn jetzt hier... Ach, Moment. Was ist denn das hier für ein Gang? Ach, da geht es zu uns hinter. Stimmt. Okay, gut. Na gut, dann komme ich halt wieder zurück. Verdammt. Jetzt komme ich... Sag mal, von wo schießt denn der Typ? Jetzt kann ich nicht darüber, weil ich... ...die Blöcke nicht abbauen kann. Ja, super. Ähm. Ich glaube, der... Oh, fuck. Habe ich ihn... Ich habe ihn getötet. Oh, yeah. Verdammt. Double Kill. So, zwei Kills auf einmal. Und ich bin auch gestorben. Ich glaube, das hat sich sogar gelohnt. So, hier ein bisschen... Boah, liegt da viel rum. Gleich mal ganz viele Blöcke holen, würde ich sagen. So, zack. Spitzhacke wäre auch ganz cool. Und zwar... So eine... Steinspitzhacke. So. Und dann bräuchten wir natürlich noch ein bisschen Gold. Oder auch Silber. Oder was auch immer wir bekommen. Und Essen auch vielleicht. Ein bisschen. So, erstmal kurz hier gucken. Nochmal... Boah, das bei der Rüstung kaufen ist echt ein bisschen... Lästig, muss ich sagen. So. Wenn man das immer wieder machen muss hier. Das ist schon ein bisschen nervig. Gut. Eisen. Jetzt bräuchte ich mir nur noch ein Schwert. Ein kleines. Da liegt noch mehr Eisen rum. Und da ist noch ein Eisen. Schön. So, ein Gold bräuchten wir noch. Kaum schon ein Gold. Her damit. Ein Gold. Dann kann ich nämlich... Einen Bogen kaufen. Wieso dauert das dann so lange? Jetzt ein Gold. Gut. Perfekt. So, schnell dahin. Äh... Bogen. So. Gold. Ein kleiner Bogen. Und dazu natürlich noch... Ein Schwert. Ein Goldschwert. Ne, ein Eisenschwert. Drei Eisen braucht man dazu. Oh. Habe ich vorhin falsch gesehen. Na gut. Dann kann es ja wieder losgehen. So, kommt ihr Leute. Wir starten jetzt in den Mega-Angriff. Muss gerade mal kurz gucken. Auf die Uhr gucken. Sonst vergesse ich immer, wie lange ich aufnehme. Weil man irgendwie beim Netzplay immer so ein Zeitgefühl verliert. Huch. Ähm. Haben die sich da gerade rüber gebaut? Ah ne. Das war vorhin schon da, oder? Bin mir gar nicht so sicher. So. Jedenfalls laufe ich einfach mal hier hoch. Und ich sehe schon die Pfeile, wie sie geschossen werden hier. Überall. So. Ups. Ähm. Okay, die schießen auf mich. Das ist nicht gut. Ich komme mal kurz da runter. Wow. Okay. So, gerade noch geschafft. Wir sind fast runtergefallen. Hilfe. Hilfe. Ähm. Ich lebe noch. Aber ich glaube nicht mehr lange. Wenn das hier so weiter geht. Oh fuck. Edgar ist fast runtergefallen. Und da hinten ist dieser andere Typ. Komm schon, den verfolge ich jetzt. Den verfolge ich jetzt. Komm schon. Oh ne, das darf doch nicht wahr sein. Wie viel Leben hat der denn noch? Ganz ehrlich. Hätte doch eine volle Rüstung an. Ah. Brustpanzer. Wie heißt denn das? Ist das Russisch? Uh. Okay. Dann eben noch mal kurz das Schwert holen. So, da liegt noch eine Menge Bronze rum. Nehme ich mal kurz wieder mit. Ich glaube, die Rüstung hat nicht wirklich so einen großen Effekt, oder? Zumindest habe ich das so gefühlt vorhin. Als der mich kurz und klein geschlagen hat. So, Brustpanzer haben wir schon. Ne, haben wir nicht. Ach doch, haben wir angezogen. Gut. Die anderen Nachbarn kommen jetzt auch. Oh. Ist natürlich super. So, vielleicht brauche ich noch mal ganz kurz ein bisschen Eisen oder so. Und ne Waffe. Ist das jetzt ein Gegner? Stirb. Das Bett von Team Geld wurde zerstört. Okay. So, ich nehme nochmal kurz das Eisen mit. Und dann brauche ich dringend ein Schwert, bevor die Gegner kommen. Verdammt. Schnell. Schnell. So, zack. Hier. Mitnehmen. So, gut. Gegner. Stirb. Oh nein. Ha, ich habe ihn. Cool. Ich habe den Kill bekommen. Aber ohne Hilfe wäre ich wahrscheinlich gestorben. So, vielleicht nehme ich auch nochmal ein bisschen Blöcke mit, oder? So, ein paar Stück. Zwei Stacks. Oh, da kommt jemand. Oder ist das einer von uns? Und ich glaube, das ist sogar einer von uns gewesen. Na gut.